Wie du mit diesen drei Outfit-Tipps in deinem neuen Kleid sofort viel schlanker und schöner aussiehst, verrate ich dir gleich. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du dieses Kleid bis zu 87% günstiger halten kannst. Und nun zu den drei versprochenen Outfit-Tipps. Denn diese erfährst du, wenn du jetzt hier oder unterhalb vom Video auf den Link klickst. Denn da gelangst du zum Komplett-Outfit mit all den Tipps und Tricks rund ums Komplett-Outfit. Klicken! Unterhalb vom Video findest du auch einen Link, wo du draufklicken kannst und du sofort zu den krassen Sails, zu diesem schicken Kleid gelangst. Okay, letzte Chance. Wenn du jetzt zum Komplett-Outfit gehst, verspreche ich dir, habe ich dir eine wirklich krasse, spannende Überraschung noch für dich. Bis zum Komplett-Outfit.